Moin zusammen und willkommen zu den Disrespect News. Ich bin Pfeffer Felix, darf ihr den News auch mal meine Stimme verleihen und ich würde sagen wir starten direkt rein und zwar fangen wir an mit dem TNM. Im TNM wurden die 16. Runden bewertet und es gab teilweise sehr knappe Ergebnisse. Memeboy konnte sich mit 99 zu 96 gegen Romantik durchsetzen und Juicy Joe gewann knapp mit 103 zu 101. Dies war auch unsere Abstimmung vom letzten Mal und da satte es ähnlich knapp. Hier gewann Juicy Joe mit 37 zu 35 gegen Tom Tumor. Alan und Aku und MP5 haben einen neuen Rekord aufgestellt. Alan und Aku haben 66 Strafpunkte erhalten und MP5 haben 67 Strafpunkte bekommen. Beide Parteien jeweils fürs zu späte abgeben. Beide Seiten haben sich für die Rückrunde abgesprochen später einzureichen. Magenta hat Alan aber Bescheid gegeben, dass er noch etwas länger braucht und sie schon mal zur Sicherheit einreichen sollen, bevor sie disqualifiziert werden. Das Battle ging dann insgesamt 44 zu minus 27 an Alan und Aku. Auch aktiven Flexmann hatten sich abgesprochen und jeweils gleichzeitig eingereicht, damit beide gleich viele Strafpunkte bekommen. Auf jeden Fall Props für die Fairness. Apropos aktiv. Dieser musste leider aus privaten Gründen aus dem TNM aussteigen. Danach gab er seine Umfrage, die knapp Tom Tumor gewonnen hat, der aber aus Zeitgründen absagen musste. Dann wurde die Umfrage neu gestartet und dieses Mal gewann Gaudi Unlimited, die so jetzt doch noch im Achtelfinale sind. Außerdem wurde ein Mini-TNM angekündigt, in dem auserwählte 16. und 32. Verlierer antreten werden. Die Teilnehmer sind soweit schon bekannt, die Paarungen noch nicht. Das Mini-TNM wird im Achtelfinale starten. Im J.O.B. ist das erste Battle zwischen Helu Kamikaze und Jotai erschienen. Dieses ging sehr knapp und unerwartet mit 91 zu 17 an Helu. Das Bewertungssystem von Julien ist hierbei in drei Kategorien aufgeteilt. Julien hört sich in der Analyse abwechselnd Achtbars an und gibt jeder Zeile zwischen 0 und 3 Punkten. Dabei spielt er in der Analyse die Runden ab und kommentiert sie quasi live, also sehr ähnlich zu einer Reaction. Als zweites vergibt Julien noch zwischen 0 und 100 Punkten für das Gesamtpaket und als drittes kommt noch der User Vote hinzu. Dieser zählt allerdings prozentual und wird auf den aktuellen Punktestand addiert. Sollte also Rapper A 50 Punkte haben und hat ein Like-Dislike Verhältnis von 80%, so erhält Rapper A noch einmal 40 Punkte, also 80% von 50 Punkten. Wir können gespannt bleiben, wie lange dieses Bewertungssystem durchhält. Nächste Woche gibt es dann die Analyse zum Battle zwischen Batasmo und Morgana, das am Freitag erschienen ist. Außerdem gibt es nächsten Freitag dann das Battle zwischen Fortune und Levi 7-7. Im CMB sind alle Achtelrunden erschienen. Rudolf, Fkot, Cheshire und Requiem sind schon sicher im Viertel, da ihre Gegner nicht eingereicht haben. Außerdem wurden auf dem CMB Discord die Ergebnisse bekannt gegeben, sodass die Teilnehmer also schon wissen, ob sie weiter sind oder nicht. Wir haben Magenta gefragt, ob wir die Ergebnisse nennen dürften, für ihn ist es in Ordnung. DVKB gewinnt mit 28 zu 25 gegen Slash, Romantik besiegt Neon mit 18 zu 10. Nexite gewinnt mit 25 zu 20 gegen Kakadu und die Dreisten 3 besiegen Ingo Werner-Biele ganz knapp mit 21 zu 20. Ab jetzt gibt es auch Rückrunden und die Teilnehmer durften Wünsche für Mottos äußern. Magenta hat uns bereits zwei der Paarungen genannt. Diese lauten Rudolf mit dem Kunstmotto versus Fkot mit dem Legenden-Track und DVKB mit dem Denglish-Motto versus Requiem mit den Mottos Atmosphäre und FSK0. Den Link zum CMB Discord und den Link zum Paarungsvideo mit den anderen Paarungen findet ihr in der Beschreibung. Im MTT sind nach langer Zeit endlich alle Rückrunden da und die Bewertungen werden in einzelnen Videos erscheinen. Beispielsweise soll die Analyse zu Tyler gegen Mentes bald kommen. Hier haben wir auch unsere Abstimmung für diese Woche und zwar Finestic gegen Cypher. Geht in die Kommentare und stimmt für den ab, den ihr besser findet. Und deine Hooks tun richtig weh'n. Deine Notizierung klingt so als würdest wissen, dass du eine Brille trägst. Und was sollen die Hasen da und auf den alten Logos Hasen da und hast du allerhöchstens auf Klassenfoto. Du Wichsknoten kamst auf Momentum gar nicht mehr klar. Wenn du an M-Stick verdrattst, kriegst du Panikertagen. Du würdest gerne deutlich reden, aber kannst das nicht. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich lieber an was anderes. Im FPT wurde das Finale bewertet. Ekta gewinnt mit 15 zu 7 gegen Younes. Er tritt in einem King-Finale gegen Davo an. Falls ihr euch fragt, warum es in der ersten Staffel ein King-Finale gibt, Fabs möchte prinzipiell Ekta die Chance geben, sich gegen einen OG zu beweisen. Die ganze Erklärung haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Ebenfalls sind die Awards zum Mini-FBT erschienen. Kommen wir jetzt zum Newsticker. Im 1-Battlecup wurden bis Freitagabend die Hälfte aller Battles bewertet, pro Tag wurden 4 Ergebnisvideos hochgeladen, weswegen bis Dienstag alle Bewertungen da sein sollten. Im SCB wurden die Uploads um eine Woche nach hinten verlegt, da es wohl Probleme bei den Fristen gab. Nächste Woche sollen die Final-Hinrunden kommen, danach kommt das Battle um Platz 3 und danach gibt es noch ein Bonus-Battle. Im MDA ist am Freitag die Analyse zu den Achtel-Runden erschienen und es gab ebenfalls schon die Paarungen für das Viertel. Die Paarungen lauten Orr vs. Zero, Eduard Mani vs. Zepter, DHN vs. Flow und Typro vs. Flughunde. Die Frist für die Hinrunde geht bis zum 17. Mai. Im MRT kamen die 32. Awards und seit vergangenem Montag werden die 16. Runden hochgeladen. Bis Montagabend sollten alle Runden da sein. Im NHR wurden alle 24. Battles bewertet. Die Frist für die 12. Runden ist am 23. Mai. Im MP4 Rap-Tournament sind nun die Final-Rückrunden erschienen und es wurde ein Infovideo zur 2. Staffel hochgeladen. Das Battle um Platz 3 fand quasi nicht statt, da Anni keine richtige Runde eingereicht hat. Damit belegt Mitra den 3. Platz. Die Analyse zum Finale steht noch aus. In der LBA wurden die Achtel-Runden bewertet und die Viertelpaarungen bekannt gegeben. Es ist ebenfalls schon als erste Battle zwischen DRSTC und ORK erschienen. Im VRT wurden alle Achtel-Runden hochgeladen. Navex und Magenta sind bereits weiter, da ihre Gegner nicht eingereicht haben. Und das Gott-Turnier ist in die 4. Staffel gestartet. Das Infovideo findet ihr mit anderen Turnieren, die in der Quali-Phase sind, unten in der Beschreibung. Das war's mit den News für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit der Runde der Woche. Ich find's schade, dass du's so erfahren musst. Aber weißt du, lieber jetzt als nie? Ich muss dir leider sagen, ähm, es ist der... Eine Liter Fick, es gibt leider keinen Rind. Du hast ein NAR-Exclusiv, doch das war nur ein Versehen. Hast Untertitel im Runden wie ein Fasch, ich dann zieh ein Fax auf dem bei deiner Frau, um eure Scheidung zu verstehen. Was geht? Das hat cooles, ich beneide, was du machst. Du bist peinlich am Tag und auch cooles in der Nacht. Die Beerdigung wird lustig für dich, vollidiot, okay? Kramsch, es kommt der Salziger und sagt nur Doppelpunkt und D-Richt. Nicht zu respektieren ist meine ganze To-Do-List. Ey, du hast keine Glatze, nee, die Glatze hat cooles. Du Niete, sei mal ehrlich, Junge, findest du das gut? In einem Turnier zu sein, wo Trolle besser klingeln als du? Bring mal Druck in deine Rapperstimme, cool so wie ein Sessel kissen. Du machst keinen Real Shit cooles, du bist nur echt beschissen.